ja hallo und herzlich willkommen bei alles an der team let's play um sie 200 winzenburg 2015 update wir machen jetzt noch mal ober beta vision 1 linie 510 wir fahren jetzt von tor 3 nah sie klingertal und das dauert ungefähr 20 minuten und das ist noch in beta vision der liebe dominik warte mal dominik genau er hat mich angefragt ob ich noch mal die aktuelle vision noch mal machen würde also die diesen vision ist also bekannte es 5 713 102 so sb 49 510 m 5 717 das rüsten weg ploppen und also das ist schon klar von db ansagen sind bearbeitet arbeitete star wind ansagen sind noch in arbeit rechtlich rechtlich schulburs haltestelle austausch kronen event und so weiter ist ja klar so jetzt haben wir jetzt mal zu den stationen erst mal machen wir unsere heizung und sonst fallen die fahrgästen rum und also ihr müsst ihr könnt eure kommentare natürlich herunter schreiben was ihr jetzt so sehen tut also wenn ihr fehler um so weiter sieht könnt ihr gerne ein bisschen unterschreiben der dominik gries wird sich auch da kümmern also wir fangen im see des bärns von grieslew genau und natürlich überlangt einen normalen fahrschein bitte soll ich das so wirklich mitnehmen nein bitte nicht so mitnehmen sondern sie müssen jetzt das stimmt so nicht das ist zu wenig das hallo 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 wir sind in der antrag des angekommen genau natürlich sind hier auch die ki pack natürlich dabei wie immer wenn wir jetzt auch dann sagen ok sieht an also der bus ist ja richtig geil macht hier den richtigen rippchen natürlich von k k k k d oder so genau genau jetzt wollen wir mal los starten die nächste alte stelle altes burgtor ja um sie hat jetzt so seine marken und so weiter kann ich ja nichts machen weil sie auch technische probleme hat also ich fahre mit kollision natürlich leiter mit t's fallen es tut mir echt leiter dass ihr richtig ist weil ich da sieht weil omni na wg ist noch nicht in diesem mm dabei ist oder nicht in diesem ich will ich will ich Pentiere aber deutlich observiert auch ich Also es sind ja auch noch KI-Autos dabei, hier von drei Generationen, wow. Buskabot! Jawoll, mein Taxi. Und ähm, also ich muss sagen, demnach gefällt mir hier richtig gut. Ja, sieht's richtig nice aus. Genau. Es reicht, ich habe Sie gewarnt. Ich steige jetzt aus und laufe zum Kundenzentrum. Sowas wie Sie kann man doch nicht als Busfahrer einstellen. Haha, wie geil. Ja gut, räumen Sie es, ja. Ja, mit dem Freund sagt ja, räumen Sie halt Probleme, die da habt. So. Dann steigen wir halt aus. Und tschüss! Kundenzentrum, tut mir leid. Bitte für drei Haltestellen. Ist geschlossen. Danke. Bitte. Nein. Ein Ticket. Ein Sie hier halt doch. Ja. Dann kannst du mal den Deck im Bauch hier wegmachen. Ja. Hallo. So. Nächste Haltestelle. Lukia Platz. Ich guck mal, ob ich zu laut oder zu leise bin. Weil, um sie ja glaube ich auch noch lauter ist. Ne, ist nicht lauter. Oje. Okay. Okay. Gut. Dann. Ist es so. Kein Problem. So. Und. Und dafür ist hier los. Du. Platz da stehen. Sehr gut. Und dann mit Verspielung bin ich unterwegs heute. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Haben Sie bei? Hi. Hallo. Dann machen wir ein Kuro. Kuro, machen wir ein Zwanghaus. Einmal vor der Aufmerksamkeit. Vorschauwild. Okay. Zwei mal wieder. Ne, ist fein dran. Achso, ich muss nochmal F-Zirk drücken. So. Natürlich ist da auch nochmal auf die Soundpacker dabei. Wie gehabt. Boah, wir haben vier Minuten Verspielung. Doi. Jetzt aber auch bei jetzt nie. So. Also. Wie gesagt. Nächste Haltestelle. Claire Werder Weg. Wann der Release ist, kann ich euch nicht sagen. Das ist abhängig, wie die Entwicklung der Freizeit ist. Und. Da werde ich. Natürlich der Dominik. Hier ist auch. Dann kann ich auch anklicken. Und er ist. Released ist. Na, wo ist halt. Da. 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 Ja, sagen. Nächste Haltestelle. Lümmelknallern. können sie mal die fressen halten im bus als ich muss wie gesagt repent müssen noch nachgemacht werden und kleinigkeiten werden behoben sind auch behoben glaube ich auch ja so wie ihr seht sind blimmchen und so weiter alles oben aber da kann ich euch sagen das sieht wirklich gut aus so wo müssen wir eigentlich hin wie heißt unsere station runter runter warte mal müssen wir echt jetzt hier runter warte machen wir mal ein bisschen vor so ne ne ok alles klar wir fahren doch da raus also wie gesagt wenn hier die bussen wegspawnen oder so genau dann halt hier auch ehm bussen haben so so hier sind wir was also bis jetzt muss ich sagen die karte gefällt mir mega gut hallo war es noch im eisbannladen da um die ecke ja entschuldigen ich wollte natürlich ein ticket für den erwachsenen haben ne ja ja ist klar da war der bus kaputt ne der bus war nicht kaputt ne der bus war nicht kaputt eine einzelne haben sie sich verfahren nein habe ich nicht ich kann die karte im stau hier hier danke sehr wenn ich mich verfahren würde dann würde ich hier jetzt nicht einsteigen schreiten hi autos hier sind ja hier von drei generationen äh wie hamburg nach nächste haltestelle v bus depot und ihr braucht also benötigt wird hier sind Aachen Berlin X10 Bremen Nord drei generationen Hafen City modern natürlich und Hamburg Tag und Nacht Rheinhausen und ähm genau also ihr braucht auch wirklich die Sachen was ich jetzt aufgezählt habe genau wenn ihr die Addons noch nicht habt könnt ihr das gerne bei Steam kaufen oder bei der Versorgung sowie hier ist zum Beispiel genau das hier schön ist auch ein überland bus ist auch ein überland bus drei und so weiter also statt Familie ja ist noch nicht da aber drei generationen braucht ihr auf jeden Fall an Burghaven City auf und dann wir gehen die 10 und so weiter nächste alte Stelle unter Eva Straße jetzt kann ich ja auch noch mal so separat mit ihm machen das ist ja 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 wir haben einen überland bus deswegen packen auch keine so viele Leute rein auch besser so auch besser so jo wir müssen ja hier vorne nach Florian Kalle Platz haha egal hallo 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 von Hamburg haben wir auch hier dabei die Busfahrer sowie BVG nächste Haltestelle Hurricane Straße so jetzt einmal da weg hoch anschnallen hui hui nicht sagen dass ich eine getrunken habe sonst passiert ein Unfall ich habe keine getrunken wir sind zu schnell also wir haben uns verfahren das heißt wir müssen uns einmal drehen jetzt machen wir einmal hier kurz ha ha einmal verfahren mit Hilfswein neu hoi 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 mein Gott er hat doch getrunken ganz ehrlich das ist doch nicht normal halt die Klappe halt die Klappe jetzt meine Güte ich dachte schon nicht einmal verfahren das passt das passt wie heute auch gut kann ich euch ein bisschen was mehr zeigen so zack mit dem der hat doch getrunken ganz ehrlich das ist doch nicht normal halt die Klappe jetzt hier meine Güte hier ist halt auch nicht besser hier es kommt auch im Bus immer betrunken rein so jetzt fangen wir einmal wieder zurück weil das Spaß macht da dann so ja ich will sofort raus halten Sie sofort den Bus an jo mach ich nach vorne können Sie aussteigen sind kackgrenzen und tschüss raus raus eine Fahrkarte bitte eine Fahrkarte bitte einmal bitte stehen bleiben bis die Fahrkarte aufsteigen und tschüss raus so, Brust ist wieder leer jetzt kippeln neue mit mir neue Fahrgästen hier nicht meckern vielleicht schon naja, wir lassen mal die Fahrgäste mal meckern nächste Haltestelle Jahnstraße und den Müllwersteig so, jetzt haben wir nicht rumgeheult, dass ich überstecke mit mir ha 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 guten Tag, hallo eine Fahrkarte bitte eine Fahrkarte bitte so so danke schön bitteschön und viel Spaß bei heizen so war raus hier ist zum Beispiel Schule nächste Haltestelle Siedlung Lichtenwald so wir müssen jetzt bei Kinder fahren deswegen so jetzt müssen wir einmal hier rein so wie geil einmal schön enge Straße genau so passt es sehr gut keiner wird mit gut auch geil gut wir fahren jetzt hier beim Buschstraßen ruhe ruhig ruhig Das ist schon mal ein Vorteil, was ein Entwickler mit Haufen Leuten dran arbeitet. So, das sieht nach wie... also das ist eine... Äh, hier, weil ich das gerade sagen... Warte mal, Moment, Moment, Moment. Ja, kurzer Anhalt. Okay, ich sehe... sind wir doch richtig? Oh, nee. Warum heilte ich überall an und gucke und nicht? Ah, okay, wir sind doch richtig. Wie siehst du? Das müssen wir richtig heizen. So sieht das geil aus. Dafür können also der Entwickler, der Dominic, Please auch, ähm... Geld verlangen dafür, für die Map hier. Oh, jetzt geht's weg runter. Cool. Ne, nur kurz noch. Jetzt muss ich aufpassen, dass hier keiner kommt. Das ist frei. So, können Sie sich mal ein bisschen müde geben? So, können Sie sich mal ein bisschen müde geben? Weil wir als Busfahrer müssen uns hier konzentrieren. Wir können ja hier euch auf achten, wie schnell wir fahren. Wir haben 50 Erlaubnis. So. So. Boah. Das sieht ja mega cool aus. Das nennt man. Perfekt. Ich sehe auch jetzt keine Fehler oder so. Also weiseer. Merci. So. Once, wir haben mal eine kleine Tour. Z si, wenn wir das Gefühl haben. So. 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 Guten Tag! Guten Tag! Hallo! 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 Kann sie bloß nicht kochen, ist so schrecklich! Mal raus! Das sieht ja geil aus! Einmal um den Pudding! Nächste Altestelle, Altforst Siedlo. So, jetzt einmal hier fahren. Davor sind wir ja drüben gefahren, da. Jetzt fahren wir hier. Ich wollte jetzt schon sagen, hier will auf den Tisch, aber wir haben noch ein wenig halt. Und jetzt haben wir noch einen Tag. Hallo! Guten Tag! Hi! Hi! I'm a Kindeter. Nächste Haltestelle, Altforst. Oh, nicht gemeckert. Wollt ihr mit? Oh, ihr meckert sogar nicht, wenn man 8 Minuten zu spät ist. Nächste Haltestelle zur Linde. Wollt ihr? Ja! Also bis jetzt... Hammer. Nächste Haltestelle ist Grüne Wald. Muss man noch ein bisschen noch... Ja gut, es ist ja noch eine Entwicklung. Also wir testen jetzt gerade die Wärmung. Aber es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Nee, ich wollte nicht mehr halt. Deutsche Bank. Genau, es... Ähm... Weihnacht... Also Weihnachtsevent wird jetzt auch gemacht. Ist ja auch dabei. Festival... Und... SPVs und juranistische Kleinigkeiten behoben. Die man sieht. Oder... Als Meldung von... Ja, von den Testen bekommen. Also wenn ich jetzt hier was melde... Das... Dann muss ich ja das sagen. Zum Beispiel... Haben wir mal hier zum Beispiel... Ähm... Hier fehlt zum Beispiel ein Ding. Und dann würde er... Dominik hier das ja auch jetzt haben. Dann würde er sagen... Ja, schon okay. Dann würde er das auch sofort vergeben. Und... Genau. Cool. Neun Minuten zu spät doch. Leute. Warum kommst du nicht pünktlich, du fatter Brustfahrer? Jetzt pass mal auf, du kleine Fässer. Wenn du so klein fett bist, dann kann ich ja nichts machen. Ja, ist halt oben. Muss halt schnell laufen. Nächste Haltestelle... Stockmannsmühle. Zentraler Umsteigepunkt. Hey, der Busfahrer guckt ja gar nicht auf die Straße. Du fetter Busfahrer. Immer diesen Fette. Oh Mann. Warte mal. Moment. Moment. Stopp. Ah, ich muss hier lang. Genau. Ich bin fett. Gut. Weil ich dir mal was zeigen, was fett ist. Warte. So. Jetzt. Jetzt zeige ich dir mal was fett ist. Wenn besser. Ja. Einmal reinfahren. Das gefällt mir auch sehr gut. Warte. Jetzt müssen wir einmal versuchen. So. Wollen wir auch aussteigen. So. Oh, wir sind schon fertig. Sicher nicht. Ja. Wir sind am Ende angekommen. Ja. Wir sind hier am Ende angekommen. Und ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Schreibt doch einen Kommentar unter diesem Video, wie euch diesen Map jetzt gefallen hat. Und, ähm, lasst auch ein Abo, da ist ja immer kostenlos. Unterstützt einfach die Entwickler. Schreibt einfach eure Kommentaren hier. Oh, wir sind hier. Wir machen die Ersatzhaltestelle. Ich muss mich mal davor anhalten. Und, ähm, genau. Genau. Habe ich eine Station vergessen? Nächste Haltestelle. Seeligenthal. Unsere Busfahrt endet hier. Wir mögen Sie bitten... Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Seeligenthal. Unsere Busfahrt endet hier. Wir mögen Sie bitten, das Fahrzeug zu verlassen. Vielen Dank. So. Genau. Also, wir machen jetzt hier auch Schluss für heute. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben. Schreibt doch einen Kommentar unter diesem Video. Besucht mich bei Facebook. Wenn ich das auch ein Abo, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe mich jetzt schon wieder wiederholt. Und, ähm, unterstützt einfach den Entwickler, wenn ihr, ähm, schreibt, was und wo und was. Also, ich sag mal, was und viel. Also, bis jetzt sehe ich nichts. Moment. Seht das hier richtig gut aus. Ja, gut. Hier hat er richtig gut gemacht. Genau. Die Straße geht auch hier hin. Also, da muss ich Ihnen einen Loop geben. Und, genau. Wir sind hier am Ende fertig. Und, bis zum nächsten Mal. Euer Alexander Ok. Ach, übrigens Leute. Wer Landkreis Mobbingen hat, also Mobbing oder keine Ahnung, wie das heißt, Dobbing, genau. Dobbing. Die können gerne bei der Leitstelle des Emulator natürlich dabei sein. Wir haben noch Anmeldungstag. Also, wir haben jetzt noch bis Samstag. Und dann startet es. Und, ja. Ich sag einfach mal, viel Spaß. Viel Spaß bei dem Erroni. Also, Erroni, ja. Ähm. Ich sag mal. Wenn ihr Winzenburg updatet, könnt ihr ja auch natürlich unsere Rezoten-Peta unterladen. Natürlich. Den Link gebe ich auch unter. Aber das andere darf ich nicht rausgeben. Buh.